Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, liebe Geschwister. Wir sind nun im Masjid Kuba, die erste Moschee, die erbaut wurde, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er auf der Auswanderung war nach Medina, hat er erst einmal einen Halt gemacht in dieser Moschee. Und Rasul alaihi wa sallam hat mitgeholfen, diese Moschee aufzubauen. Allerdings nur eine Mauer, eine Wand, er hat sie nicht vollständig erbaut, sondern er ging danach nach wenigen Tagen weiter eben in die Stadt Medina. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, derjenige, der zu Hause den Wudhu verrichtet und in diese Moschee geht und zwei Rakka betet, der erhält den Lohn für eine Umrah mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und die Gelehrten sagen, das ist eine Entschädigung für die Bewohner hier um Masjid Kuba, dass er eben nicht dort geblieben ist, sondern weitergegangen ist in die Stadt Medina, sodass sie trotzdem, wenn sie hier beten, so viel Lohn bekommen, als ob sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam die Umrah verrichten. Möge Allah sallallahu alaihi wa sallam uns erlauben, immer wieder hier zu beten und möge Allah sallallahu alaihi wa sallam unsere guten Taten von uns annehmen und möge Allah sallallahu alaihi wa sallam unsere Sünden vergeben und uns mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in den höchsten Stufen des Paradieses vereinen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vielen Dank. Vielen Dank.